Wir sind heute in Kitzbühel und ich darf euch eine sehr schöne vier Zimmergroße Mietwohnung mit einer begehrten Freizeitwohnsitzwidmung vorstellen. Wenn wir uns hier anschauen, das Tolle ist, wir haben hier den offenen Wohnkoch-Essbereich. Die Lage ist sehr toll. Wir haben hier eine absolute Ruhelage und es ist auch sehr sonnig. Wie wir hier sehen, es ist ein Garten und Terrasse mit dabei und wie wir hier sehen, wir haben hier einen wunderbaren Ausblick auf den Hahnenkamm und wie wir hier sehen, viel ruhiger kann man es nicht haben. Also es ist wirklich sehr schön hier. Terrasse und Garten und dann schauen wir mal in die Wohnung rein. Also offenen Wohnkoch-Essbereich haben wir gesehen. Wir haben also drei Schlafzimmer mit jeweils Badezimmer mit dabei. Eingangsbereich ist auch wiederum sehr großzügig. Dann haben wir eben mal Badezimmer, Doppelwaschtisch. Das ist alles vorhanden. Das Tolle ist, dass wir hier noch auch einen Wander- und Skikeller haben, wo man alles deponieren kann. Das Licht geht eh an und auf der Seite alles verstauen. Das war jetzt praktisch ebenartig und dann geht es ein paar Stufen runter, wo man dann noch weitere zwei Schlafzimmer mit jeweils Badezimmer hat. Also da geht es einmal dann in ein weiteres Schlafzimmer, wie wir schauen. Wir haben überall die Oberlichten natürlich. Also wir sehen da, die zwei Schlafzimmer, Badezimmer ist Souterrain, aber trotzdem durch die Lichtschächte sehr hell. Wir schauen, tolle Holzstüge. Also wirklich, man kann sich bei dieser Wohnung sehr wohl fühlen. Dann haben wir da noch ein weiteres Badezimmer und nochmal ein Schlafzimmer. Ja, so schaut das aus. Also wir haben überall schöne Holzböden, schöne Fliesenböden, Altholzelemente. Und wie gesagt, bei dieser Wohnung, die verfügt über eine begehrte Freizeitwohnsitzwidmung. Ja, wenn wir Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihren Anruf oder auf Ihr E-Mail.